Yay! Gib, 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 gib! AHHHHH! Inkompetent! Hallo und herzlich willkommen zu Wer bin ich? Mit dem TKW. Und dem David! Ja, und... Achso, der TKW bin ich, David bist du, ne? Also, dass wir schon mal wissen, wer wer ist, ne? Höhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhö Ähm, wer bin ich? Sollte eigentlich jedem bekannt sein Man darf Ja-Nein-Fragen stellen Und je nachdem, wenn man die Antwort... Wenn man die Frage... Beantworten... Also, wenn man Ja auf die Frage bekommt, darf man weitermachen Und Nein ist dann nichts dran So, ja? Genau, wir haben uns jetzt gegenseitig jeder eine Person ausgedacht Also, ich eine für David, damit eine für mich Und... Ich würde sagen, da kommt in 3-2-1 Das ist jetzt ein kleiner Sound Und das bedeutet... Für die, die mitraten wollen Und nicht wissen wollen, wer wer ist Dann sollen die... Mal weg... Also, das müsst ihr jetzt wegschauen Und... Ja, ich würde sagen... Jetzt... Leute, noch mal diesen Sound Und ihr könnt wieder hinschauen Jetzt steht das nicht mehr da Und ich würde sagen, David, dann fangen wir mal an zu fragen Okay, bin ich fiktiv? Nein... Bin ich fiktiv? Ja Okay... Bin ich männlich? Ja Okay... Komme ich aus einem Videospiel? Ich würde mal sagen, nein... Nicht aus einem Videospiel... Okay... Dann bist du erst wieder dran... Okay, also ich bin real. Ja. Bin ich ein Mensch? Die einen sagen so, die anderen so. Nein, aber natürlich bist du ein Mensch. Okay. Übrigens, Verneidungsfragen zählen nicht. Darf man nicht stellen. Genau. Gut, also ich bin real und ein Mensch. Ich bin männlich? War das ein Ja? Ja. Okay. Ich bin schon erwachsen, also ich bin volljährig. Ja. Okay. Ich spart, glaube ich, dass ich mir das alles merke. Du kannst auch gerne mitschreiben, wenn du möchtest. Das mache ich ja auch. Viel Arbeit, okay. Ich möchte übrigens ganz kurz einmal anmerken, dass ich gerade bemerke, wie ich hier gerade fiktiv aufgeschrieben habe. Hier, das seht ihr, ist hier mal eingeblendet. Das sieht man, was ich für Rechtschreibungsskills haben. Das ist mir gerade mal so aufgefallen. Alter, wie bescheuert, ey. Na ja, dann mach mal weiter. Ähm. Ich stamme ursprünglich aus einem Videospiel. Nein. Ähm. Du hast, du warst dir eben nicht so ganz sicher. Heißt das denn, dass ich schon mal in einem Videospiel drin vorgekommen bin? Google? Hehehe. 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 Ich war schon mal in einem Videospiel. Ja, ja, ja. Okay. Hmm. Bin ich denn... Das heißt, ich bin aber nicht nur in Videospielen. Was ist das? Verneinungsfragen? Ich bin nicht nur in... Ich kann auch gerne fragen, bin ich außerhalb von Videospielen tätig. Ja. Okay. Ich hab gar keine Ahnung, muss ich sagen. Bin ich also auch in Filmen? Ja. Und da bin ich nämlich animiert, oder? Okay. Warum weiß man das nicht? Hehehe. Weil ich das googeln muss. Ja. Okay. Daraus lässt sich aber schließen, dass das so ein Film ist, der von Menschen gespielt ist, aber ich bin eine Person, die animiert ist in diesem Film. Weil wenn das so ein Zeichentrickfilm wäre, wenn das so ein Zeichentrickfilm wäre, dann wüsstest du doch direkt, ja, der ist animiert. Aber es gibt doch so ein Zeichentrickfilm, wie... Ja, ich weiß, was du meinst, oder? Ja, ich weiß, was du meinst, oder? Ja. Bin ich so eine Person, die in so einem Film... Wieso weißt du denn da nicht, ob die Person animiert ist, meine Güte? Du bist dann jetzt dran. Okay. Ich bin männlich, volljährig, real und ein Mensch. Genau. Ja. Ich glaube nicht, ne. Also, ich... Doch, ich fang, ob ich in Videospielen drin bin und das neigst. Nachher. Also... Ich bin... Ich habe etwas mit Filmen zu tun. Ich spezifiziere zu tun. Nein, nein, ich hab den Wikipedia-Artikel schon offen. Was heißt denn, ich hab was mit Filmen zu tun? Na, ich hab... Ich will jetzt noch nicht genauer fragen, das ist das Problem. Äh... Okay, sag ich mal... Nein, nein, nein. Sagen wir mal so, es gibt verschiedene Unterhaltungsmedien. Zum Beispiel Videospiele, Film, Bücher. Und ich bin halt im Unterhaltungsmedium Film... Nee. ...untergebracht. Nein. Okay. So, ich bin noch Kilometer weit entfernt, muss ich sagen. Ich hab keine Ahnung. Bin ich in einem Zeichentrick-Film? Nein. Okay. Ähm... Gut. Komm mich an deinem Buch vor. Bestimmt, du bist ja dran. Äh... Na, das ist eine gute Frage, muss ich sagen. Hm... 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 Was für ein Buch. Weißt du jetzt so eine Geschichte, nehm ich an, oder? So ein Buch, wo was erzählt wird und da komm ich drin vor, oder? Oder halt auch eine Biografie oder irgendwie sowas. Oder? Na, im Vergleich halt zu Film oder Videospiel, ob ich was mit Büchern zu tun habe. Problem ist, ich weiß noch nicht in welchem Bereich ich bin. Das versuche ich gerade herauszufinden. Okay. Also Videospielebücher... Ja, du bist in Büchern. Aber es ist nicht das, was du tust. Ich bin nicht ein Buch. Also... Also, du hast auch schon Bücher geschrieben. Aber das ist nicht das, woher man dich kennt. Okay. Also ist die Antwort eigentlich ja. Mhm. Okay, ja. Gut. Ich hab auch schon Bücher geschrieben. Das heißt aber, Bücher sind demnach nicht mein Haupt. Wie ich gesagt habe, ja. Ja. Film aber auch nicht. Nee. Kunst? Bin ich in der Kunst tätig? Also wenn man das, was der macht, Kunst nennt, dann ja. Aber ich würd eher Nein sagen. Okay. Aber ich hab einfach das Gefühl, ich hab dir schon wieder viel zu viele Tipps gegeben. Ich kenn mich absolut überhaupt nicht aus, also keine Angst. Okay. Hm. Ich aber auch nicht, muss ich sagen. Ähh. Ist denn überhaupt Film das, wo, 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 wo ich, wo, wo Herrmann nicht kennt? Ja. Das heißt Film ist mein Hauptmedium. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bin ich denn sehr bekannt? Ja. Okay. Bin ich eher so das Kinder-Genre. Also so etwas, was, was von Kindern geguckt wird auch. Also jetzt zum Beispiel sowas wie die Serie Ducktales würde ich jetzt zu sowas einordnen. Nein. Also nein. Okay. Okay, ähm. Ja, nicht zur Kunst. Film nicht. Bis irgendwie, er hat auch Bücher geschrieben. Oder ich habe ja auch Bücher geschrieben. Ja. Was gibt's denn da noch? Gibt's auch eine Menge, denke ich. Sport? Ne. 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 Nichts mit Sport zu tun. Hä? Es, es gibt da echt so etwas. Das hast du noch voll ausgelassen. Ähm. Okay. Okay. Das heißt, ich bin also ein Zeichentrickfilm, aber nicht unbedingt für Kinder gemacht. Direkt. Na Moment, Zeichentrick bist du nicht. Ach ja, stimmt. Aber ich bin animiert, das meinte ich. Ja. Hä? Hä? Was gibt es denn überhaupt noch für Filme, wo jemand drin animiert wird? Lol. Bin ich ein Mensch? Nein. Okay, okay. Ich bin also nämlich an CGI animiert. Ich gebe dir einen Tipp unter anderem. Das bedeutet, mich gibt es... Also, darf ich überhaupt noch weiterfragen? Eigentlich nicht. Nein, im Moment, was habe ich überhaupt gefragt? Unter Mensch bist du nicht, nein. Also eigentlich nicht. Ah ja, stimmt. Ah ja, logisch. Ja. Okay. Okay. Also nicht Sport. Jetzt habe ich immerhin schon mal eine kleine Spur bekommen, so. Ich bin schon mal was näher dran. Ähm, bin ich in der Unterhaltung. Also bin ich prinzipiell für Unterhaltung da. Würde schon sagen, hast bestimmt Leute, die sich, die sich davon unterhalten fühlen. Also ja. Ja, das heißt aber nicht, dass das ein Comedian ist. Oder sowas. Habe ich was mit dem Internet zu tun? Also mit dem Internet zu tun ist jetzt ein bisschen... Ja, also jetzt im Prinzip wäre... Ich würde sagen, jeder hat was mit dem Internet zu tun. Im Internet zu Hause. Nee, nicht nur im Internet, nein. Nee. Aber du bist halt auch im Internet vertreten. Okay, ja gut, du bist dann... Okay, also ich bin kein Mensch. Okay, ich bin animiert. Bin ich denn im Action? Weißt du, da denke ich direkt an Paul Walker, weißt du? Aber er ist halt ein Mensch. Oder? Ja. Und der ist nicht Fick-Geef. Ich Fick-Geef. Auch. Hm. Bin ich denn ein Tier? Oh. Oder wenigstens was Tier-ähnliches. Ja. Ja, würde ich jetzt schon sagen. Wenn ich Jabba da hat? Nein. Okay, vielleicht ein bisschen zu direkt gefragt, aber... Es hätte ungefähr hinkommen können. Es hätte ungefähr hinkommen können. Gut, du bist dran. Also ich bin auch im Internet vertreten, das ist aber auf keinen Fall das Hauptding. Ich habe auch Bücher geschrieben. Ich habe auch Bücher geschrieben. Oder wenigstens ein Buch. Ja. Es gibt Leute, die fühlen sich von mir unterhalten. Ich bin aber kein Comedian. Ja. Ich habe ein großes Thema noch nicht abgedeckt, sozusagen. Ich bin ja auch im Internet vertreten. Fernsehen? Nein, ist ja auch Film, oder? Na ja, ich denke mal, aber du bist viel im Fernsehen zu sehen, würde ich so sagen. Okay. Weil, weil, weil Unterschied zwischen, also Film ist ja etwas, was gedreht wurde, so, und Fernsehen können ja auch so Talkshows und so eine Scheiße sein. Ja, also ich bin im Fernsehen. Ja. Ja. Okay. Kein Comedian. Habe ich was mit Kochen zu tun? Nein! Okay. Ja, ich dachte mir, es gibt ja Leute, die Kochbücher geschrieben haben. Ja, 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 oder? Aber ich, ich glaube, du, also du darfst dich jetzt nicht an dem Unterhalten fühlen aufhängen. Okay. Äh. Äh. So, ja. Äh. Äh. Aber wer könnte ich denn auch sein, ey? Äh. Hm. Bin ich in Actionfilmen zu sehen? Schwierig. Ja, ich würde sagen, ja. Aber das ist nicht das, was... Ja, okay, das ist eine Verhandlungsfrage. Ähm. Ähm. Aber hauptsächlich andere Filme, oder? Ähm. 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 Dann müsste ich sagen, nein. Okay. Also, äh. Schwierig. Also, äh. Man könnte es mit nein und mit ja beantworten. Okay. Okay. Na ja, dann mach einfach. Okay. Also, ich bin im Fernsehen. Bin ich international im Fernsehen? Ja. Würde ich schon sagen, ja. Okay. Bin ich in einer Serie? Nope. Das ist ja auch in erster Linie, der sich um zu unterhalten. Aber im Fernsehen sind wir ja auch eigentlich alles da um zu unterhalten. Äh, gut. Okay. Äh. Boah. Ich, ich, ich hab immer noch gar keine Ahnung, aber so überhaupt nicht. Werde ich denn von einem Menschen gespielt? Also, so ist es, so zum Beispiel Gollum, der ist ja auch, der, äh. Ne, Herr der Ringe. Da ist ja auch ein Mensch, der, der hat den gespielt und dieser Mensch wurde dann mit CGI oder was auch immer in Gollum verwandelt. Äh, ja. Ja. Ist dieser Mensch? Halt. Nein. Moment. Entschuldigung. Entschuldigung. Kann sein, wenn ich das zurückziehen muss, aber ich geh mal drauf raus. Ja. Also, ja. Ist doch. Ja. Okay. Ist denn dieser Mensch auch bekannt dafür? Na ja, wenn du den nicht, die, dich so direkt kennst, so, dann nehme ich mal an, dass das nicht der Fall ist. Nein, nein, nein. Äh, mach einfach. Äh, nein. Ich hab gesagt, dann mach einfach. Nein. Achso, äh, okay. Schau mal. Also, mit international meinte ich, dass ich, dass die, dass die, das Programm, also dass ich drin bin. Ja? Ja. Also, okay, steh ich vor der Kamera? Ja. Okay. Dann das, was ich drin bin. Äh, das, was ich drin bin. Ja. Die Sendung, in der ich drin bin, ist die international. Ich hab nicht gesagt, dass das nur eine einzelne Sendung ist, in der er zu sehen ist, ne? Okay. Ich hab nur gesagt, er ist im Fernsehen zu sehen. Ja, okay. Bin ich ein Schauspieler? Nein. 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 Nee. Boah, ich hab so keine Ahnung, ne? Was für Kreaturen aus Filmen gibt es denn noch? Bin ich aus dem Marvel-Universum? Nein. Okay. Mann! Ähm. Also. Ne. Ich bin also nicht nur in einer Sendung. Also, das ist eine Verneidungsfrage. Ich bin in mehreren Sendungen. Ja. Sie soll aber nicht unterhalten. Das heißt, ich geh mal von aus Nachrichtensendungen. Ja? Auch, würd ich sagen. Ja. Auch. Also geh ich mal stark von aus. Bin ich Deutscher? Nein. Ach so scheiße. Aber du kennst den hundertprozentig. Bin ich denn aus dem Superhelden-Universum? Nein. Ja. Was... Mann, ey! Ähm. Ich bin nicht Deutscher. Ja. Das ist korrekt. Bin ich Amerikaner? Ja. Ja. Das Jahr hat mich jetzt ein bisschen verunsichert. Wieso? Oder war das ein Ja-Endlich, so nach dem Motto? Nein, das war kein Ja-Endlich. War das ein unsicheres Ja? Nein. Oh Gott. Okay, ich dachte, jetzt hast du's direkt. Dachte ich tatsächlich. Das war ja ein... Oh nein, jetzt ist der auf Amerikaner gekommen, ja. Aber egal. Jetzt hab ich... Nein, ich hätt nix sagen sollen. Egal. Tschüss, Gute Nacht. Äh, ne, was? Mach einfach weiter. Hä? Mach einfach weiter. Ja, ja. Also, ich komm aus dem Fernsehen. Soll aber nicht... Ich hab nicht gesagt, du kommst aus dem Fernsehen. Du bist nur im Fernsehen zu sehen. Meine Güte. Ja, Alter. Bist Donald Trump? Nein! Wie guckt... Ja! Oh Mann, ey! Okay. Okay. Weißt du, was das Ding gegeben hat? Dass du gesagt hast, manche Leute fühlen sich davor unterhalten. Ja? Da hab ich mir gedacht, okay, das muss der sein. Okay. Aber es stimmt doch, manche Leute fühlen sich von dir ein. Ja, ja, ja. Pariserische Deutschland, Baba! Gut. Okay, okay. Du hast es herausgefunden. Herzlichen Glückwunsch. Ich nicht. Ich bin auch Kilometer weit entfernt. Okay, dann frag mal was. Ich bin dafür, dass du mir jetzt mal einen kleinen Tipp gibst. Okay. Dann werde ich das eine vielleicht... Also... Ähm... Bei dem Action-Genre. Ja? Ja? Es ist... eine Mischung aus Action und etwas anderem. Das schon. Es ist... nicht ausschließlich Action. Was?! Nicht ausschließlich Action. Was ist denn nicht ausschließlich Action? Alter, ich hab so keine Ahnung, ne? Kenn ich die Person überhaupt? Ja, ich mein schon. Oh, ich hab aufgeschrieben, nichts mit Maggi zu tun. Alles klar. Was gibt es denn noch? Ich hab auch keine Ahnung, was ich noch fragen soll, ehrlich gesagt. Also... Weil... Ähm... Es kann sein, dass ich... Äh... Weiß... Es ist tatsächlich... Also... Es ist tatsächlich sehr... Also recht wenig Action. Können wir mal sagen. Ich hätte also ein Action eingestuft, aber offiziell wird es nicht als Action-Show eingestuft. Okay. Bin ich denn... eine... Kreatur... die... äh... die auf der Erde existiert? Also die man... als Mensch so... als Lebewesen... äh... Mh... Bin ich denn aus dem Star Wars-Universum? Ja. Ja! Ja! Boah, ich hätte... Ich war sogar schon mal bei Star Wars mit Jabba da hat, aber... wenn ich... Boba Fett oder wie der heißt? Nein, das... Okay, der wird auch wahrscheinlich gespielt sein. Mit einem Kostüm und allem. Er wird nicht animiert sein. Ah! Ah! Bin ich dieser... Wie heißt denn der nochmal da? Der... Der... Der in Episode 1 bis 3 drin vorkommt. Der... Der... Mit den vier Armen. Mit den vier Armen? Was weiß ich, wie viele Arme der hat. Ich hab Episode 1 bis 3 noch nicht gesehen. Äh... Der... Man, wie heißt der denn? Kämpft er mit Laserschwertern? Äh... Ich weiß es nicht. Äh... Der... Äh... Äh... Wie heißt denn der? Der... Der als zu lustig eingestuft wurde. Ach, Charterbring. Dieser Trott... Ja, genau. Bin ich der? Nein. Äh... Äh... Wie... Wie könnte denn da noch einigen jetzt sein? Yoda. Äh... Bist du auch nicht. Haaa... Wer könnte denn noch animiert sein? Ich würd nicht... Bin ich aus... Was? Ja, frag. Bin ich aus Episode... Äh... 5, 6... Ne, 4, 5, 6 oder 7. Also komm ich da drin vor. Ja. Okay, dann müsstest du den auch kennen. Äh... Ähm... Ich würd nicht... Ich würd tatsächlich... In Richtung... Animation nochmal nachfragen genauer. In Richtung Animation nachfragen? Ja, ich... Oder anders... Ich würd nicht an dem... Animation... So fest... Dich festmachen. Ich würd... Nochmal... Genauer fragen. Die... Die Frage. So, ich frag jetzt nochmal genauer. Ja oder nein? Nein. Oh Mann, ey. Wie können wir... Hä? Animiert. Er ist animiert. Ja. Und... Und der andere. Das heißt, weil er ist auch als Charakter zu sehen. So gespielt von irgendwem. Ja. Ja. Kostümiert nehme ich an. Ja. Das heißt, irgendein Lebewesen von diesen komischen Planeten da bin ich, oder? Logischerweise, ja. Hä? Wer ist denn animiert und... Und teils animiert und... Hä? Bin ich denn einer von den Hauptcharakteren? Nein. Nicht. Hä? Ich hab den Film einmal gesehen, du. Jammer, den kennt man eigentlich. Es ist also ein R, ja? Hab ich schon gefragt. Ja, hast du schon gefragt. Komme ich denn jetzt in der neuen Episode 7 auch drin vor? Ja. Hast du auch schon gefragt. Hab ich nicht gefragt. Doch, 4, 5, 6, 7. Ja, ich meinte eigentlich allgemein in einem von diesen. Aber, ja, okay. Ja. Ich komme also in 4, 5, 6 und 7 vor. Ja. Auch schon in den vorherigen. Meinst du 1 bis 3, oder was? Bin ich Luke Skywalker? Nein, der ist ja Hauptcharakter. Äh, ich meine ja nicht Luke, ich mag Darth Vader. Ich meine Darth Vader. Der ist ja auch Hauptcharakter. Ach ja, stimmt. Scheiße. Da war ja mal. Aber ich hätte mir vorstellen können, dass der teils animiert ist. Wegen... Aber ich glaube ja nicht, oder? Ist ja auch egal. Äh... Äh... Wer ist denn... Das macht die Schwerddinger mit dem Animieren? Ja, ist das echt so, Alter? Was ist das so, Alter? Was ist das so, Alter? Kämpfe ich denn mit einem Lichtschwert? Nein. Nicht. Nicht. Das heißt, ich habe nicht die Macht. Ja. Na schön, bringt mich auch nicht weiter. Ach, Mann, Alter, ich hab immer noch so keine Ahnung, Alter. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Aber ich muss doch einer von denen sein, die wenigstens was mit den Hauptcharakteren zu tun haben. Sonst würde ich ja nicht in jedem Film drin vorkommen. Bin ich dieser Bist du überhaupt noch da? Ja, ich bin... Okay. Bin ich dieser Kommandant da. Aber ich glaube, der kommt nicht in jedem Film vor. Ich hab so keine Ahnung. Bin kurz davor aufzugeben, Alter, ohne Witz. Da wären wir nicht so nah dran, Mann. Du könntest mir eventuell noch mal einen Tipp geben. Okay. Jetzt kann es sein, dass ich noch mal was zurückziehen muss. Aha. Kein Wunder, dass ich nicht da drauf komme. Er kommt nur in 6 und 7 vor. Okay, das bringt mir auch nicht weiter. Aber egal. Ja, das muss ich nochmal klarschen. Also nicht in 4 und 5. Ab 6 also. Ja. Das heißt, ich müsste ihn, als ich im Kino von Episode 7 mal gesehen haben. Ja. War... Entschuldigung. War ich denn in Episode 7 animiert? Nein. Nicht. Wieso nicht? Wieso? Das heißt, in Episode 6 muss ich aber irgendwann mal animiert sein. Nein. Äh? Du hast gesagt, ich war auch mal animiert. Und wenn ich nur in 6 oder... Wenn ich nur in 6 und 7 drin vorkomme, aber in keinem von beiden animiert war, war ich denn... War ich in den Filmen also überhaupt nicht animiert? Ja. Zieht doch verarschen, Alter. Das heißt, es gab mal von irgendjemand anderem oder was auch immer was eine animierte Version von mir, ja? Ja. Ich hasse dich so sehr, Alter. Mann, ey. Darum habe ich gesagt, mach das nicht zu viel dran fest. Das bedeutet, ich werde im Film von einem Menschen spielen. Ja. Bin ich in Episode 6 dann zu sehen oder wird dann von mir gesprochen? Ja. Um zu sehen. Bin ich Chewbacca? Nein, das ist ja auch ein Hauptcharakter. Ja, das ist ein Hauptcharakter. Okay, stimmt. Boah, ich hätte... Wie ohne Witz, Alter. Ist der Imperator ein Hauptcharakter? Fragen wir mal so. Aber ist das ein Mensch, oder? Ist das ein Mensch, ja? Ja, es ist ja gar nicht. Du das meinst? Ich... Ich schon. Okay. Ist es auf jeden Fall nicht. Du bist es nicht, ja. Komm, dann sagst du halt, ich habe keine Ahnung. Gibst du schon auf, wirklich? Was sind wir... Was heißt hier schon auf? Ich habe so keine Ahnung, Alter. Soll ich dir nochmal einen Tipp geben? Ja. Er ist vor allem im Internet. Also, ähm, bekannt. Das bedeutet also... Es gibt ein Internet-Meme über ihn. Ja, dachte ich mir gerade. Wollte ich gerade sagen. Ja, ich... Ich habe aber noch nie ein Star Wars Internet-Meme gesehen. Ich glaube aber schon, dass du das kennst. Vor allem im Englischen. Bin ich bei den Rebellen oder bei Ferium oder nicht definiert? Was jetzt? Ein und eins nach dem anderen bin ich bei meinem Ferium. Nein. Ich bin also bei den Rebellen. Ja. Okay. Das gibt es echt nicht, Alter. Soll ich nochmal einen Tipp geben? Ich kann nochmal... Ich kann das Internet-Meme ausrufen. Oder halt sagen. Ausrufen? Ja. Ich kann das halt laut rufen. Vielleicht kennst du dich dann... Ich rufe das Star Wars-Meme. Ja, mach mal. It's a trap! Okay, das habe ich irgendwann irgendwo schon mal gehört. Ja. Ach, lol. Ist das... Ist das dieser... Dieser Typ mit den Glubsch-Augen da? Hm... Die rechts und... Ja, den meinte ich eben schon mal! Aber da... Oh, nee. Ich meinte den eben schon mal. Aber ich wusste... Ich wusste dann nicht, wer das ist und so. Also, ich kenne ihn ja und ich meinte ihn eben schon mal. Aber ich wusste erstens den Namen nicht und zweitens nicht, was der ist. Der ist doch Commander oder irgendwie sowas, oder? Admiral. Admiral. Ich meine, das meinte ich, als ich eben gefragt habe, ist das dieser komische Commander da oder so. Och, was du bist, Alter. Ja, ja. Ich weiß, ist schon klar. Oh, Mann. Das regt mich gerade auf. Also. Ja, ich bin drauf gekommen. Je, ich bin so gut, ey. Okay. Beim nächsten Mal werde ich dich zernichten. Ja. Das ist Admiral Akbar. So heißt er. Akbar. Okay. Gut. Also, du kennst ihn? Ich kenne ihn, ja. Okay. Gut. Ich hätte mir gedacht, soll ich sagen, mit seiner normalen Rasse, Mon Calamari. Oh, das hätte mir so viel geholfen. Gut. Na gut. Ja. Ich habe ein bisschen lange gedauert. Na, wobei. Da ging dreiviertel Stunde. Ah ja. Ungefähr. Ja. Ja. Ich bin jetzt bei gleich 48 Minuten. Gut. Na gut. Dann sage ich danke für die Zuschauer. Hoffentlich hat es euch gefallen. Und, ja. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, Daumen hoch. Wenn nicht. Daumen hoch. Daumen hoch. Daumen hoch. Daumen hoch. Gut. Ja. Ähm. Ciao. Ja, tschüss. Heutz. Hej.